Wir schränken die Freizeitgestaltung erheblich ein. Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen, Messe, Kinos, Freizeitparks sind Beispiele, Schwimmbäder, Spaßbäder, Saunen und Themen. Sie können das dann im Einzelnen natürlich alles noch einmal nachlesen. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Gastronomiebetriebe, Bars, Clubs, Diskutaten, Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen. Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und der Betrieb von Kantinen. Dienstleistungsbetriebe werden eingeschränkt. Wir lassen den Groß- und Einzelhandel mit Auflagen zur Hygiene offen. Und wie schon über Schulen und Kitas gesprochen, wollen wir auch hier die Öffnung ermöglichen. Wir werden die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, selbstständigen Vereine und Einrichtungen mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe unterstützen. Der Erstattungsbetrag beträgt bis zu 75 Prozent für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Für größere Unternehmen müssen wir entsprechend der maximal möglichen europarechtlichen Beihilferegelungen unterstützen.